Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt ca. 10 Minuten. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Wir sind gleich persönlich für Sie da. Bitte halten Sie für Ihren Datenschutz die persönliche Kundenkennzahl bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind gleich persönlich für Sie da. Vielen Dank. Vielen Dank. Lieber Kunde, machen Sie blau besser. Unsere Kundenzufriedenheit ist uns sehr wichtig. Per Zufallsauswahl werden unsere Kunden hinsichtlich ihrer Zufriedenheit per SMS befragt. Ihre Bewertung trägt dazu bei, unseren Service zu verbessern. Wenn Sie mit dem Service Ihres Kundenbetreuers zufrieden sind, dann bewerten Sie ihn und seinen Service gerne auf einer Skala von 1 für nicht gut bis 10 für sehr gut.